Sie sind hier, 30. August 2018, 15.14 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Stefan Kunz hat seinen Kader für die Spiele gegen Irland und Mexiko bekannt gegeben, Urheberrecht Getty Images, Stefan Kunz nominiert seinen Kader für die Spiele der deutschen U21 gegen Mexiko und Irland. Vier Debutanten stehen im 23-köpfigen Kader. Insgesamt vier Neulinge stehen im Kader der deutschen U21-Fußballer für die Länderspiele gegen Mexiko, 7. September und Irland 11. September, Nationaltrainer Stefan Kunz nominierte erstmals Felix Udo Pai vom VfL Wolfsburg, die beiden Berliner Maximilian Mittelstädt und Arne Mayer sowie den Augsburger Marco Richter. Das gab der deutsche Fußballbund DFB am Donnerstag bekannt, erstmals seit Oktober 2017 ist zudem Luca Weitsch mit vom SC Freiburg wieder dabei, wir haben schwere Aufgaben vor der Brust, sagte DFB-Trainer Kunz, mit Mexiko haben wir uns einen starken Testspielgegner ausgesucht. Das Spiel möchte ich nutzen, um die neuen Spieler kennenzulernen. Danach folgen unsere drei wichtigsten Spiele in der EM-Qualifikation. In Irland müssen wir auf den Punkt fit sein. Aufgrund ihrer Nominierungen für die A-Nationalmannschaft stehen Jonathan Tarr, Bayer Leverkusen und Thilo Kerre, Paris St. Gemma, nicht zur Verfügung. Dadurch fehlen mir meine beiden Kapitäne, was unsere Aufgabe nicht leichter macht, sagte Kunz, trotzdem freue ich mich für die beiden und wünsche ihnen viel Erfolg. Es ist nun mal unsere Aufgabe in der U21, Spieler an die Nationalmannschaft heranzuführen, der Kader der deutschen U21, Tor Alexander Nübel, Schalke 04, Florian Müller FSV Mainz 05, Sven Brodersen, FC St. Pauli Abwehr, Benjamin Henrichs, AS Monaco, Lukas Klostermann, RB Leipzig, Felix Udurkei, VfL Wolfsburg, Timo Baumgartel, VfB Stuttgart, Waldemar Anton, Hannover 96, Maximilian Mittelstädt, Hertha BSC, Pascal Stenzel, SC Freiburg, Jordan Turunereier, Hertha BSC, Mittelfeld, Angriff, Marco Richter. FC Augsburg, Arne Mayer, Hertha BSC, Aaron Seidel, Holstein Kiel, Luca Weitsch mit SC Freiburg, Cedric Teuchert, Schalke 04, Janni Serra, Holstein Kiel, Philipp Ochs, Alborg, BK, Suert, Serdar, Schalke 04, Eduard Löwen 1. FC Nürnberg, Marcel Hartl, Union Berlin, Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach, Maximilian Egestein, Werder Bremen.